Ich hab dir erzählt, dass wir ihm damals geholfen haben auf dem Mittelmeer. So gut wir konnten. Ihr Boot hat den Motorschaden. Und deshalb haben wir versucht, das abzuschleppen. In der Nacht ist der Sturm aufgezogen. Es ist die Schleppleine gerissen und des Bodens abgetrieben. Ich möchte, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Haben Sie damals wirklich gesehen, wie die Schleppleine durchgeschnitten wurde? Kipo Hamburg, ich würde Sie bitten, aufs Revier mitzukommen. Kann so eine Leine einfach reißen oder muss man danach helfen? Glaubst du nicht ernsthaft, einer von uns hat das Tau angeschnecken? Vielleicht weiß niemand von uns. Ich hätte niemals das Leben von allem riskiert. Sieben Menschen sind damals ertrunken. Sie haben unsere Tochter getötet. Kann es sein, dass Sie den Schmerz leichter verkraften, wenn Sie einen Schuldigen haben? Ich hätte mir denken sollen, dass Sie auf deren Seite stehen. Also willst du dich einschüchtern, oder was? Ich will eine Lösung finden, mit der wir alle leben können. Vielleicht hätten wir einfach weiter segnen sollen. Ich dachte, wir sind alles gute Menschen. Weil wir sind alles gut. Ich dachte, wir sind alles gut. Wir sind alle Menschen. worsen Sie nicht? Wir sind auch ein bisschen.